Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ich begrüße euch zu einer neuen Legung und wir schauen, was kommt denn heute am Tag auf das Kollektiv zu? Also was wird uns heute erwarten? Ja, wir sollen hier beschützt sein, Mutter, Vater, Gott. Wir sollen an das Universum glauben, was heute hier reinkommt, was für uns wichtig sein wird. Was zeigt sich hier noch heute? Heute, es geht etwas voran. Man wird sich jetzt entscheiden, welchen Weg man nehmen tut und ich sehe dich hier mit dem Glück und der Zufriedenheit. Dann sehe ich heute hier, dass ein Wunsch in Erfüllung gehen kann oder dass man in einer Sache Hoffnung hat und dass hier noch eine Entscheidung fällig wird. Eine Entscheidung wird hier fällig, wie man sich jetzt einfach mal hier zurückzieht. Ich habe hier so ein bisschen Erholung, was du dir heute auch gönntest. Du ziehst dich hier ein bisschen zurück, vielleicht auch von bestimmten Menschen, von bestimmten Kommunikationen mit Menschen. So, was kommt heute noch? Dann sehe ich, geht es heute um etwas Vertragliches oder eine Verbindung. Da geht es um eine Begegnung mit jemandem, die noch ein bisschen Ängste und Unklarheiten aufweist. Ja, vielleicht musst du auch noch irgendwo hin. Vielleicht ist hier etwas mit einer Reise, auf die du schaust und da kommt hier eine Wandlung rein und eine Veränderung. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Ciao!